eingehender funkspruch das klingt doch gut ort durchsuchen schau mal nach was da so los ist ein weiterer funkspruch für mich wollen wir doch mal ein hören was hier alles so los ist durchsuchen wieder ein weiterer funkspruch und es geht schlag auf schlag hier mitwirken ok na gott sei denn wollen sie sich hier draußen noch nicht prügeln sondern sind jetzt alle noch relativ freundlich aber wie gesagt komme bestätigen ja schön dich kennenzulernen ok du möchtest gerne handeln was hast du das sprit was hast du darfst ein handelswert dann kriegst eine entspannungs tablette von mir ok vielleicht entspannt sich das ein bisschen mit dieser kleinen können wir beide zufrieden sein oder aber sicher doch sind wir damit zufrieden und du kannst an einem charisma arbeiten ja und dann können wir jetzt das haus untersuchen untersuchen wir haben essen wir haben noch einen weiteren teddy wir haben zement wir haben jetzt auch noch ein buch die messer brauchen trotzdem irgendwann bestätigen wir brauchen definitiv ein händler sind wohl aber keine unterwegs und wieder ein weiterer eingeben mitwirken schon wieder leute auf der straße getroffen kirche können ja bloß christen sein nicht wirklich bestätigen ach meine zwei jungs sind das kämpfen fliehen lassen da kommt kampf angreifen nahkampf und immer ruf mit dem ding und sie schon bluten gegen angriff und geblockt die stahl gescheitert okay angreifen nager und zack und gegen angriff das sieht nicht ganz so gut aus die blutet zwar schon hart aber die bretter sind halt überhaupt nichts blutend die hat ein bisschen mehr drauf angreifen nahkampf gegen angriff ich denke mal das wird jetzt bei der video geht er kommt ihr in die fiese fresse blutend die hatten ganz schön punch drauf das weil die ist recht stark angreifen nahkampf 122 naja so braucht man wahrscheinlich ewig angreifen nahkampf 123 okay okay blutend acht boah die krittet ja ganz schön hier angreifen nahkampf 12 das macht auch nicht den kohlfeld angreifen nahkampf angriff gegen angriff block nein gegen angriff okay angreifen nahkampf 2 gegen angriff hier angreifen das ist doch scheiße warum ja wieder einen taktischen fehler gemacht jetzt verliere ich wahrscheinlich den ersten aus meine und er ist auch noch blutend ja genau angreifen nahkampf angriff 222 und geblockt und greift du auch noch mal an gegen angriff auch blutend er als für die meine zwei kinder der ist tot super angreifen nahkampf gegen angriff für die macht mich jetzt hier schön fertig gegen angriff und geblockt super den ersten verloren tag der kinderarbeit und das ist direkt passiert direkt ein verloren blutend 88 angreifen nahkampf angriff und zack und zack und zack und vielleicht habe ich jetzt glück dass jetzt verblutet und die haut mich jetzt hier richtig zu klump bluten nahkampf angriff und tot das hat sich sicherlich gar nicht gelohnt nicht wirklich bestätigen ja ich habe den ersten tag 9 tag der kinderarbeit die ersten toten ganz super ein trauriger tag einer weniger ja ich weiß er ist aber nicht in meiner ding gestorben untersuchen wir haben einmal essen wir haben rohre wir haben bretter was wir auf alle fälle brauchen ok bestätigen ja das läuft jetzt natürlich ein bisschen schlechter für uns aber naja wenn ich fragte nichts gewinnt hat 24 stunden nichts getrunken ok ich weiß bescheid dankeschön betragen an dem fremde ansprechen ja bitte nicht schon wieder so einer bestätigen wir würden gerne handeln was hast du denn essen hast du und rad super das kannst du eigentlich mal total vergessen genau danke zurück in den shelter wir werden den larry macht von seinen aufgaben hier und was haben wir hier plastik 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 auch nichts interessantes bestätigen larry geh du mal dringend was trinken danach kannst du gerne tun und lassen was du willst beziehungsweise wie sieht es aus hütte ist sauber ja das ist jetzt doof dass wir den kleinen paulchen verloren haben ich weiß es nicht es ist sehr sehr da ist ja jetzt wollen wir denn doch mal abwarten was jetzt hier noch so alles passiert die werden sich jetzt bestimmt gleich über funk melden eingehender funkspruch das sieht doch schon mal gut aus übertragung annehmen auf paulinchen also ist das paulchen gestorben anzug nehmen leichter sandsturm an der oberfläche schön für diesen wetterbericht so du nimmst mal bitte den anzug und repariert mir die außen anlage weil das wäre nämlich schön übertragung an dem durchsuchen was haben wir denn hier eine maske die ist auf alle fälle wichtig spritt ist wichtig und sonst müssen wir verzichten weil wir dem lachs natürlich jetzt ja wie immer na ok da kommt mein rüdelst wieder das ist schön fremde ansprechen bitte nicht schon wieder kämpfen du blutest doch eh schon muss ich dran denken handeln gebt ihr mal den teddy dann kriegst du das da und das da und handeln und ja zumindest hat der charisma gekriegt nachdem er der wird sowieso traumatisiert zurück ins shelter kommen so ihr zwei kapselt mal runter ich muss euch was sagen euer sohn ist tot weil ich ihn kaputt gespielt habe so so das ist gut wahrnehmung ist gestiegen alle sachen über bestätigen ja so füllen du machst mal bitte den schutzraum sauber du mach was du willst du kannst du klopfst dann noch auf dem ding darum wie ein wilder du gibst doch bitte nachher den anzug sofort zurück okay gut paula wir haben dein kind getötet leider 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 ja ja ok du kannst mal bitte larry du stehst mal bitte auf und repariert die karre hier du kannst in ruhe duschen und hier wird fleißig repariert alles im lot und lerne nachdem du damit fertig bist machst du mir bitte eine übertragung und an händler und wie übernehmen diese an untersuchen kleiner bauernhof schick essen ist gut retter sind gut das müssen wir leider liegen lassen weil wir uns verzockt haben wasser haben wir genug du bastelst noch an dem ding rum ihr zwei seid gerade erst zurückgekommen ja alles ist Tag 11 Tag 11 Tag 10 an dem Paulchen starb nur weil er wieder gegen geisteskranke Ödland Freaks kämpfen musste du möchtest jetzt schlafen gerne 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 regen an der Oberfläche sowas hört man doch gerne eingehender Funkspruch ja übertragung an dem wir möchten gerne dass du das durch suchst du möchtest was trinken das ist super sonst hast du eigentlich nichts gravierendes ok wie sieht es denn eigentlich beim Larry aus ja du kannst das mal das da machen übertragung annehmen fremde ansprechen oh ne bitte nicht schon wieder ich will mich nicht schon wieder kloppen ähm was kann ich für dich tun äh handeln wollen wir doch mal gucken ob du irgendwas hast ah kein handeln ok dann kann ich mich wahrscheinlich in Ruhe in dem Haus umschauen das machen wir sofort äh zweimal essen ok ich weiß Rohre sind wichtig das ist wichtig und Kraftstoff ist wichtig ok faden ok jipp und du kommst mir unter der Dusche vor und machst mir bitte eine Übertragung für Händler du füllst bitte das auf und danach wird der Schutzraum gereinigt ja läuft ja Wassertanks werden gefüllt Filter sind repariert du bist bei 97% und ja 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 das sieht gut aus ich möchte nur gerne wissen wann ihr zwei Koffer endlich loyal werdet da kommt jemand zu besuchen äh die Loyalität nächste Person äh Larry wo ist er Karte nein sind wir nicht hoch genug ok dann haben sie das jetzt so geändert da steht doch jemand da stehen sogar zwei ich werde mal drückt die daumen das müssen Händler sein bitte 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 ah ok guten Tag James ich möchte ein Deal ich warte auf und anscheinend ja ah ok was hast du du hast Munition du hast Feuerzeuge du hast Entspannungstabletten achso so jetzt wollen wir doch nochmal gucken was haben wir denn hier die drei Schallplatten geben schon mal 75 die zwei Teddys geben schon mal 125 Munition Feuerzeuge die sind auf alle Fälle nehmen wir mal eins die sind auf alle Fälle wichtig die sind auf alle Fälle wichtig die sind auf alle Fälle wichtig dann handeln wir mal ja super Larry du hast wieder nichts zu tun was können wir dich machen lassen hat der Hund schon wieder irgendwo hin gemacht ne der Hund hat nirgendswohin gemacht dann reparieren wir mal das Ding und füllen mal gleich jawoll das sieht doch gut aus Übertragung untersuchen das ist wichtig Holz ist wichtig haben wir sonst noch etwas Kraftstoffe und sonstiges ne wir müssen leider 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 zurückstecken wenn die zwei loyal sind dann können wir auf alle Fälle ja dann können wir auf alle Fälle weitere rekrutieren das ist doch zum Eiern könnt ihr denn hier nicht richtig sauber halten die Bude da ah ok der kleine Mann kommt wieder das ist gut der hat auch ein paar wichtige Sachen mit dabei weil wir brauchen bestimmt definitiv nein du sollst nicht dahin gehen du sollst bitte fertigen und zwar fertigst du mir das da an ok herzlich willkommen Paulinchen schade dass du den Tod deines Bruders mit ansehen musstest und rüber damit und bestätigen und ja ah ok Paulinchen du solltest mal da bleiben du solltest einen Verband nehmen und solltest auf alle Fälle Antibiotika nehmen das sieht doch schon mal gut aus so wir sind ja schwer begeistert Objekt anfertigen und zwar wir bauen mal an unserem Shelter weiter das ist natürlich auch super und dann würde ich sagen nachdem der Hund schon wieder in die Bude gekackt hat darf er jetzt erstmal sauber machen und was wollten wir noch das sieht soweit jetzt erstmal gut aus und das ist bei Anthony ja du hast jetzt erstmal genug übertragen dann kann er das jetzt wieder übernehmen an die Händler übertragen ja ich weiß wir können einige Sachen verbessern aber du bist wach Objekte anfertigen was haben wir denn hier noch alles wir können Verbände an nein brauchen wir nicht wir können das ist die Eimer Toilette Dusche 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 Rattenfalle brauchen wir jetzt erstmal noch nicht wir können das noch erweitern wir bräuchten auf alle Fälle Metall und Scharniere brauchen wir auf jeden Fall wir können eine Tasche anfertigen das ist schon mal gar nicht schlecht ich sage mal wir bekommen einen Besuch von wem auch immer eine Dame mit Hut in braun ja in die ja wir möchten gerne Zeug kriegen ok du hast natürlich sehr schickes Zeug mit dabei was haben wir denn hier noch an also das Feuerzeug was ist so ein Messer hat auch nur ein Handelswert von 10 ah ok dann haben wir ja auf alle Fälle Tabletten zwei Stück haben dann kriegst du hiervon noch einen wir brauchen auf alle Fälle das wir brauchen das und wir füllen mal auf mit dem und dem Feuerzeug 40 40 20 machen wir so klingt gut war vielleicht scheiße aber das passt soweit so das passt schiff zu das 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 Untertitelung des ZDF, 2020